Was bedeutet denn jetzt eigentlich dieser Vorstandsbeschluss? Hat der irgendeinen Einfluss überhaupt auf die ganze Frage, ja, was passiert denn jetzt? Und wann kommt Lauterbach mit einem Gesetzentwurf und mit was kommt der denn eigentlich? Weil ja auch zwei Schritte diskutiert wurden. Eine Abkehr von dem einen großen Wurf hin zu dem, was wir von Anfang an gefordert haben. Sofort Konsumenten entkriminalisieren, nicht nochmal 100.000 weitere Strafverfahren, sondern das sofort zu beenden. Den Eigenanbau legalisieren, dass auch noch irgendeine Art legaler Zugang möglich ist. Anbau Clubs am besten auch noch, ja, damit da wirklich viel Schwarzmarkt trotzdem verdrängt wird, auch wenn man keine Fachgeschäfte hat. Macht erstmal Nägel mit Köpfen da, wo es geht. Und zwar ziemlich weitgehend dann eben auch mit einer vollständigen Entkriminalisierung, mit Eigenanbau, Anbau Clubs und so weiter. Und macht gleichzeitig weiter mit dem Prozess für die Regulierung von Cannabis, mit dem Gesetzentwurf für eine vollständige Legalisierung. Legt die EU-Kommission vor mit dem Notifizierungsverfahren. Wenn nicht, dann versucht halt die EU-Verträge zu ändern und so weiter. Ja, zu klagen vom EuGH, alles, was dann da noch mit dran hängt. Ja, nicht nachlassen, ein Weitermachen mit der Legalisierung. Den Plan nicht aufgeben.